2010, bald kommt der Frühling, die neue Zeit bricht an. Vorbei das Warten, vorbei der Winter, mit Zeit geht's jetzt voran. Ein Stern geht auf von Zeiler Himmel, Thomas Schadelmann. Jetzt gilt's echt, Leute, jetzt packt man's an. Bürger von Zeil, Sie haben heute einen Bürgermeister gewählt. Ich gebe nun das vorläufige amtliche Ergebnis bekannt. Auf den Kandidaten Thomas Schadelmann empfehlen 1.908 Stimmen. Auf Christoph Winkler empfehlen 1.261 Stimmen. Damit wäre Thomas Schadelmann zum neuen Bürgermeister gewählt, der am 1. Mai sein Amt antreten wird. Sofern er zusagt. Dankeschön. Applaus Ja, dieses Spiel, das ist jetzt aus. 2 zu 0 Applaus Ja, intelligentein, dass du schon wieder gemacht hast. 3. heals Ja, das ist jetzt aus. Hey, Leute, ist das nicht einfach geil? 4. Gewonnen hast du, weil du bist so, wie du bist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020